Ihr habt es ja diese Woche oder beziehungsweise letzte Woche schon mitbekommen, Activision, die ganze Hütte brennt dort, es geht drüber und drunter, jeden Tag neue Nachrichten. Und eigentlich ist das irgendwas, was eher auf den Zweitkanal bei mir gehört. Da sind so Stream-Highlights, Sachen, die jetzt vielleicht nicht zum Hauptcontent gehören, aber ich persönlich habe einfach das Gefühl, dass ich auch ein bisschen Verantwortung habe, um über diese Sachen zu sprechen. Und ich wollte generell den Content auf dem Kanal nicht so hauptlastig nur COD, News, Gameplay und, 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 sondern eben auch News ein bisschen drumherum. Ich hoffe, euch gefällt das. Auf dem Zweitkanal gibt es trotzdem Stream-Highlights, könnt ihr gerne abonnieren, könnt ihr unten in der Videobeschreibung draufklicken. Wie beim letzten Video in der Videobeschreibung alle Themen, alle Quellen, die ich euch zeige, die werden wir uns zusammen angucken, könnt ihr unten auch selber aufrufen. So habt ihr die Chance, euch selber ein Bild zu machen. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass Bobby Kotick als Activision-CEO mittlerweile komplett in der Scheiße steckt. Er war selber Beobachter davon, wie sexuelle Übergriffe bei Activision, bei Activision Blizzard in den Entwicklerstudios vonstatten gegangen sind. Bobby Kotick selbst war Zeuge davon, wie in den Entwicklerstudios, wie bei Activision, bei Activision Blizzard und, und, und diese ganzen Sachen vonstatten gegangen sind. Jetzt ist mittlerweile ein Video aufgetaucht, was ich leider nicht zeigen darf. Wenn ihr ein bisschen googelt, findet ihr das. Bobby Kotick ist ja mittlerweile seit drei Jahrzehnten im Prinzip an der Spitze von Activision. Und man sieht leider nicht, in welchem Büro das war, aber eine junge Designerin, so Anfang, Mitte 30, würde ich sagen, sitzt an mir im Arbeitsplatz. Einer der verantwortlichen Vorgesetzten geht zu ihrem Arbeitsplatz, guckt so von hinten, greift so in die Schultern, guckt, was sie da macht und geht mit den Händen von hinten in das Top rein, in den BH und knetet der Frau einfach die Brüste. Während des Arbeitstages, das sind so Einzelbüros gewesen. Bobby Kotick wird dabei gezeigt auf so einer Überwachungskamera, das ist komischerweise jetzt erst rausgekommen, wie er dahin guckt, guckt dahin, geht weiter und geht in sein Büro zurück. Das scheint nur einer von den ganzen Vorfällen zu sein, die aktiv über seinen Tisch gelaufen sind. Dan Bunting, der Vize-Chef von Treyarch über viele Jahre, wurde ja bereits 2017 im Prinzip von der Mitarbeiterin, die er sexuell angegangen haben soll, angezeigt bei Kotick. Kotick hat sich dafür eingesetzt, dass dieses ganze Thema außergerichtlich geeinigt wird. Und Dan Bunting ist dann, ich glaube bis 2019 noch im Unternehmen geblieben bei Treyarch und ist dann, nachdem das Wall Street Journal im Zuge dieser ganzen Enthüllung auf ihn zugekommen ist, hat er nur geantwortet, er gibt keinen Kommentar dafür ab und ist in dem Tag am gleichen Abend zurückgedrehen. Das ganze geht jetzt aber noch viel, viel weiter. Dieses Jahr ist ja wirklich das Jahr, wo bei Activision mehr als nur die Hütte brennt. Die Vanguard Season 1 und die neue Warzone Pacific Map sind vom 1. bzw. 2. Dezember ohne Ankündigung auf den 8. Dezember verschoben worden. Wenn man sich anguckt, wie viel Bugs Vanguard hat und wie viel Ärger in den Entwicklerstudios ist, macht das sogar Sinn. Man wird aktuell das Gefühl nicht los, dass dieser ganze Konzern mit all den Entwicklern dazu, mit Activision, Activision Blizzard, Treyarch, Sledgehammer, Infinity Ward, dass da keiner aktuell zum Arbeiten kommt. Und jetzt kommen die drei Hammerdinger. Die Bosse von Xbox und Playstation haben sich beide zu dieser Thematik geäußert und haben im Prinzip gesagt, wir sind mehr als schockiert über das, was hier alles passiert. Wir sind nicht bereit, das Ganze weiterhin zu akzeptieren. Bei Playstation und Xbox, also Microsoft, sind die COD-Spiele und auch COD Vanguard aus der Startseite vom Store bereits rausgenommen. Beide haben indirekt eine Drohung gestellt und gesagt, sollten sich die Verhältnisse nicht rasch ändern und hier rasch Dinge passieren, müssen wir über weitere Konsequenzen nachdenken. Diese Konsequenzen bedeuten im Prinzip, dass wir, das ist jetzt natürlich der Worst Case für alle Spieler auch, sowohl auf der Xbox als auch auf der Sony Playstation in den nächsten Tagen irgendwann keine Möglichkeit mehr haben, Games von Activision, Activision Blizzard, ob jetzt Warcraft oder Overwatch oder Call of Duty oder Warzone weiterhin spielen zu können, wenn sich Xbox und Sony, die CEOs, dafür entscheiden, als Druckmittel aufgrund der wirklich schlimmen Vorkommnisse, die wir bei Activision haben, die Games aus den Stores zu nehmen. Und ich habe mal geguckt, die können das. Xbox und Sony sind nicht daran gebunden, die Games bei sich spielbar zu haben. Was hieße? Jeder von uns, der es jetzt nicht gerade über Battle.net, über dem PC spielt, hätte ab dem Zeitpunkt keine Chance mehr, Call of Duty als Beispiel auf der PS5 oder auf der Xbox oder auf der PS4 oder sonst wo zu spielen. Wenn das noch nicht ausreicht, will ich euch gerne folgende Artikel einmal zeigen. Der ist jetzt vom Spiegel. Ich bin generell kein Freund vom Spiegel, aber der Artikel gibt her, was wir brauchen. Activision insgesamt hat 10.000 Mitarbeiter und mehr als 1.300 Mitarbeiter, bitte auf das Datum achten, ist sogar von Freitag, haben in einem offenen Brief, den sie alle unterschrieben haben, mit ihrem vollen Namen und mit ihrer Position im Unternehmen gefordert, dass Bobby Kotick mit sofortiger Wirkung aus dem Betrieb ausscheidet, dass er sein Amt niederlegt mit der Begründung, wir, die Unterzeichner, haben kein Vertrauen mehr in die Führung von Bobby Kotick als CEO, die jeweils samt Angabe des Namens und der Position unterzeichnet wurde. Das heißt, wir reden hier nicht davon, dass da anonym welche gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, sondern mehr als 13% aller Angestellten haben sich öffentlich dazu bekannt, dass sie unter diesen Menschen nicht mehr arbeiten können und wollen. Es geht aber weiter mit dem Ganzen. Wir fordern, dass Bobby Kotick von seinem Amt als CEO von Activision Blizzard zurücktritt und dass die Aktionäre den neuen CEO ohne die Mitwirkung von Bobby auswählen dürfen, von dem wir wissen, dass er einen erheblichen Teil der Stimmenrechte besitzt. Der Vorstand, der Bobby Kotick vorsitzt, ist natürlich, weil er seit drei Jahrzehnten an der Macht ist, von ihm im Prinzip zu 100% selbstbestimmt worden. Das heißt, alle Leute, die dort im Vorstand sitzen, sind natürlich sehr nah an ihm dran und werden alles in der Macht Stehende tun, dass er seinen Posten nicht räumen muss. Activision Blizzard hat insgesamt 10.000 Mitarbeiter, somit haben bereits mehr als 10% der Angestellten unterschrieben. Das war alles am Freitag. Wir haben heute Montag. Dann gibt es hier noch ein paar Infos dazu und über diese ganze Schwachsinn-Scheiße, die dieser Mensch da abzieht und, und, und. Und hier ist das Wichtige. Sony und Microsoft reagieren. Der Druck, der nun auf dem CEO lastet, entsteht aber nicht nur durch Mitarbeiteraktionen. Auch Microsoft und Sony, die als Betreiber von Online-Stores für die Konsolen Xbox und Playstation zu den wichtigsten Geschäftspartnern zählen, scheint der Bericht des Wall Street Journal in Alarmstimmung versetzt zu haben. Bloomberg berichtet, das ist der Bericht, auf den ihr draufklicken könnt. Microsoft-Chef Phil Spencer habe seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern mitgeteilt, er sei bestürzt und zutiefst beunruhigt über die schrecklichen Ereignisse und Handlungen bei Activision Blizzard. Diese Art von Verhalten hat in unserer Branche keinen Platz, soll Spencer geschrieben haben. Man selbst werde nun alle Aspekte unserer Beziehung zu Activision evaluieren und infolgedessen proaktive Anpassungen vornehmen. Auf Nachfrage bestätige ein Microsoft-Sprecher, dass Bloomberg Spencers Aussagen korrekt wiedergegeben habe. Das Ganze geht weiter und weiter. Kotick hat aktuell noch wichtige Unterstützer. Es geht aber auch hier noch weiter, wenn ihr hier mal reinschaut. Bobby Kotick hat jetzt in einer neuen Meldung gesagt, er ist bereit, von seinem Posten zurückzutreten. Das wird ja auch rechtliche Gründe haben, weshalb er das tatsächlich überlegt. Aber er lässt sich die Hintertür offen. Nur wenn all diese Probleme mit Vergewaltigung, Selbstmord, sexuellen Übergriffen, ungleicher Bezahlung, Rassismus nicht in sehr kurzer Zeit überarbeitet wird. Da muss man bedenken, dass dieser Mensch seit drei Jahrzehnten dort verantwortlich ist. Wie soll dieser Mensch, der drei Jahrzehnte die Augen geschlossen hat und alles dafür getan hat, dass Frauen im Prinzip behandelt werden wie Tiere. Wie soll dieser Mensch innerhalb von ein paar Tagen all diese Probleme, die ja tief verwurzelt sind, einfach lösen? Es ist natürlich, ihr habt es schon geahnt, nicht möglich. Das heißt, das kann dieser Dreckskel natürlich komplett vergessen. Hier, Kotick ist schon seit drei Dekaren in einer leitenden Position bei Activision. Demnach bleibt es fraglich, welchen Zeitraum er der Beseitigung der Probleme einräumt, die sich über viele Jahre im Unternehmen angestaut haben. Kotick soll einer der Mitschuldigen an der aktuellen Firmenkultur von Activision sein. Er selbst soll seit Jahren von den sexuellen Übergriffen gewusst haben, aber nichts dagegen unternommen haben. Im Gegenteil, er Beschuldigte vor der Entlassung bewahrt haben. Die Mitarbeitenden wollen sogar eine Gewerkschaft im Konzern etablieren, die ihre Rechte stärkt. Als Protestaktion wurde bereits Walkouts organisiert, bei denen die Angestellten ihre Arbeit niederlegen und für eine bessere Arbeitskultur demonstrieren. Eine Petition und ein offener Brief sollen ebenfalls helfen, den Missständen entgegenzuwirken. Nun Leute, wir sind hier in dieser ganzen Sache schon längst weg von SBMM ist scheiße und der nervt uns, sondern wir sind hier bei gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Hier werden Menschen, und es ist egal, ob Mann oder Frau, ob schwarz oder weiß, es sind Menschen mit einer Lunge, die atmen, die fühlen, werden hier sexuell angegangen. Die werden begrapscht, die werden vergewaltigt, da werden Nacktbilder. Das geht so weit, dass diese Menschen, so wie eine Mitarbeiterin, sich das Leben nehmen. Bobby Kotick ist für das Unternehmen Activision und Activision Blizzard als Tochterunternehmen nicht mehr tragbar. Und weil ich diese Fragen oft gelesen habe, und eigentlich gehört das hier gar nicht rein, egal ob Bobby Kotick dort im Vorstand sitzt oder irgendjemand anderes, das Thema Skill-Based Matchmaking wird sich dadurch nicht alleine lösen. Das ist ja nicht eine Patenterfindung von ihm und kein anderer wird weiterhin Geld steffeln wollen. Aber, so wie wir das jetzt sehen, Sledgehammer hat nicht mal angekündigt, sondern einfach nur gesagt, achso, hier mit so einem Post auf Twitter, die neue Season mit der neuen Warzone-Map kommt am 8. Dezember erst, anstatt 2. Dezember. Ich glaube, dass diese Walkouts und dass diese Probleme so gravierend sind, dass die auf die einzelnen Entwicklerstudios mit zugreifen. Dazu passend als Schlusssatz, heute kamen ein paar Gerüchte, ich weiß nicht, was man davon halten soll, ich will es nur einmal in die Welt herausposaunen, dass bei Activision aktuell überlegt wird, ob es weiterhin Sinn macht, ein Call of Duty jedes Jahr zu releasen. Und das ist etwas, was viele von uns schon seit Jahren fordern. Dann entwickelt ein Game endlich mal wieder fertig, supportet es länger als ein Jahr, bringt genug frischen Content und macht es erstmal alle 2 Jahre. Bis die Entwicklerstudios mal alle wieder die Möglichkeit hatten, in ihrem festen 3-Jahres-Zyklus zu arbeiten. Dazu passt, bis vor 6 Wochen hieß es, Treyarch macht ab jetzt nur noch Zombie-CODs. Plötzlich heißt es, Treyarch macht 2023 das nächste COD. Unglaublich kompliziert, unglaublich viel Action da gerade. Meine persönliche Wette wäre, dass Bobby Kotick zu Ende dieser Woche bekannt gibt, dass er den Posten räumt und, was ich nur hoffen kann, dass viele aus dem Vorstand zusammen mit den Abteilungsleitern Verantwortlichen ebenfalls ihre Sachen packen und, dass all diese Leute, die da verantwortlich waren, die davon wussten, die aktiv auf Frauen losgegangen sind und, 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 alle ihre gerechte Strafe bekommen. Ich werde euch weiterhin informieren, wenn es hier Neuigkeiten gibt, das ist versprochen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, nicht für das Thema, aber vielleicht fürs Video. Ich bin raus.